Ich find's echt süß. Science-Fiction-Abenteuer. Verleben. Nö. Ich hör, du wolltest doch mit dir eine Gruppe gründen. Äh. Geht das nicht mehr? Romantisch. Wer hat denn den Wunsch, von wegen Gruppe gründen? Er. Weil warum kann er sie dann nicht mehr fragen? Zusammen tanzen. Bitten, Verabredung zu beenden. Nö. Wir können zusammen tanzen. Wünsch, Jimmy, los, komm. Wo du neues Bild da anfängst. Du Künstler. Mach ein bisschen was. Tanz mit deiner hübschen. Und? Es läuft klassisch. Ne, pass mal auf. Umschalten auf. Machen wir auf Pop. Dann kann ich das ja verstehen. Oder wir können ja... So. So. Jetzt kann ich das ja sogar nur ein bisschen verstehen hier. Okay, ist irgendwie doch ganz süß, aber egal. Tanzt die trotzdem noch? Was? Nachin. Vieles. Hä? Handrang. Kannst du mal auf Toilette gehen? Das war's doch noch. Bucht die nicht weiter auf Toilette, oder wie jetzt? Ne, sie geht was lesen, alles klar. Er geht auf Toilette. Er könnte anschließend... Freundlich. Bitten, den Müll rauszubringen, über Filme reden, über Bücher reden, kratschen, plaudern, über Tanzthemen machen. Romantisch. Küssen rumschmusen, Techtelmächtel umarmen, Wangen streicheln, Baby machen, flirten, Heiratsabrat machen, Hähnchen halten, in die Arme springen, ins Ohr flüstern, küssen. Und Jamie hört mal auf zu lesen. Ich glaube, die hatten heute beide ihren freien Tag, ne? Äh... Kerzen anzünden. Wenn die mir jetzt irgendwie anfängt, nochmal Kerzen wieder ausblasen, hat sich erledigt. Hehehe. Och Gott, die beiden sind so süß. So. Wollen wir die Verabredung dann langsam mal beenden, damit die beiden pennen gehen können? Ich glaube, die wollen mich beide langsam pennen. So, danach bitten, Verabredung zu beenden. Es war ein sehr schöner Abend, aber ich muss jetzt gehen. Rosa. Oh, wir haben nicht besonders viel Zeit zusammen verbracht, aber es war nett. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal ein wenig länger. Lässt dich einrichten, aber ich denke, ihr wollt jetzt beide pennen. Vergiss es. Du gehst jetzt... ...schlafen. Und das gleiche macht... ...Jamie ebenfalls. ...schlafen. Och Gott, ist das süß, dass die beiden verknallt in der Linder sind. Sind die noch zusammen jetzt? Ich hoffe, das ist noch... Die beiden sind jetzt noch zusammen, oder? 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 Was haben wir ein arbeitsloses Partnerin Jamie? Okay. So, dann sollen die beiden mal pennen. Was macht eigentlich unsere Katze? Och, jo. Ich glaube, dir geht's gut. Geh mal nach Hause, du. Äh. Kitty, komm mal nach Hause. Das wäre eine Idee. Und ich würde sagen, Kitty kann dann noch eigentlich... Ja, komm, Kitty kann jetzt auch pennen gehen. Hat sich... Äh. Hinlegen, Lägerchen machen. Ja, ja, dann leg dich wenigstens hin. So. Komm, klein Kitty. Geh jetzt schlafen. Ja, geh jetzt schlafen. Och Gott. Hier komm schon mal ein bisschen vor hier. Zoom. Äh, hallo. Vorspulen. So, okay. Gut, das war jetzt nicht gerade eine... Sehr lange Aufnahme. Aber die Aufnahme reicht mir. Ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von The Sims 3 wieder. Ich denke, ich schneide vielleicht sogar jetzt mal 20 Minuten folgen. Wer weiß. Ich bin noch am überlegen. Aber egal. Wir sehen uns das nächste Mal. Adios. Tschüss. Und bis dann. Ciao. Ciao. So. Und ich grüße und sage hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Let's Play The Sims 3 3 Aufnahme. Yo. Wo waren wir? Ich glaube, wir haben es letztes Mal geschafft, die beiden endlich zu verkuppeln. Warum die Leiste immer zugeht, verstehe ich auch nicht. Ähm. Oder, 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 oder. Oder? Nee, nicht aufwecken. Ging nicht. Doch. Auf jeden Fall weiß ich das noch. Wir hatten die beiden zu verkuppeln gekriegt. Und ich habe mir ein bisschen überlegt, sag mal, wollen wir, weil dieser Adam, Adam Brandschutzmeister hier, Gott, wie hieß das? Da gab es irgend so eine Serie. Ich habe vergessen. Egal. Die, der ist immer noch da, ne? Wie heißt der? Was? Adam Andrea, warte, was? Andreasen. Andreasen? Ich habe jetzt gesagt Andreasson. Andreasen? Andreasen? Okay. Äh. Super. Jedenfalls ist der Fuzzi noch da. Was wir mit dem machen, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich zu informieren, wie wir das ändern. Aber gut, sei es drum, wie es sei. Und ich würde sagen, die beiden lassen wir erst mal ein bisschen zusammen sein. Jetzt haben wir die Hürde ja gemeistert. Ich würde sagen, wir machen jetzt so ein bisschen Alltag. Mal gucken, was wir noch ein bisschen hier machen. Und so langsam, aber sicher, meine ich, kann man ja... Ich meine, ich bin ja jetzt hier in dem Spiel mal ganz konstruktiv und sage ganz konsequent keine Kinder vor der Ehe. Bedeutet damit, unser nächster Schritt wird, schätze ich mal, sein, dass wir die beiden ein bisschen verkuppeln. So, und ich hoffe auch, dass das klappt, dass wir die beiden ein bisschen verkuppeln können. Aber gut, zuerst lassen wir natürlich jetzt erstmal die Zeit weiterlaufen. Und es ist gerade 21.46. Die sind gerade schlafen gegangen. Also, wuhu. Komm. Pennt. Pennt um euer Leben. Während kleinen Kätzchen sich wieder selbst beschäftigt. Und ich weiß immer noch nicht, ob der Feuerwehrmann jemals nach Hause geht. Ich hab mein Bild. Grüßt uns hier, sagt Hallo und geht den Morgen. Ne, geh weg. Oh Gott, Hilfe. Hey, ne, 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 eine Freundschaft auch gezeigt. Ne, 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 ne. Pondine waren wir erst nicht egal. Ich weiß. Also, ich hoffe zumindest, dass... Huch, wo wir jetzt sind. Ach, willst du will ziehen? Ach, die ist ausgeschlafen. Ach, das ist aber nett. So. Vergiss es. Du hast Hunger, ne? Du könntest ja vielleicht ein Frühstück essen. Du kannst ja mal Waffeln machen. Obwohl ich dich gerade eigentlich... Du kochst aber ohne Feuer jetzt, ja? Ich glaube, flambieren brauchen wir heute nicht mehr. Bitte kein Flambieren. Oh, weia. Oh, Kätzchen, was denn los? Social. Unser Kätzchen braucht Social. Aber vorher braucht unser Kätzchen hier ein bisschen kratzen. So. Das Setzen ist kaputt, oder was? Ne, noch geht's, also. Und anschließend könnte der kleinen Kätzchen... Ja, eventuell... Äh... Beim Kochen zusehen. Und beschnüffeln. Und ein bisschen Bett gehen. Und dann würde ich sagen... Yippie. Los, koche schnell. Ohne Feuer, Madame. Ohne Feuer. Oh, hey. So. Das hätten wir auch wieder. Katsis Sozial-Level ist ein bisschen besser geworden. Aber besser als nix. Hanran, du kannst da mal hingehen. Du hast Hunger. Ja, dann schnapp dir doch einen Teller. Aber wofür hast du das denn gekocht? Waffeln, Essen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und Jimmy, der hat auch Hunger. Aber der ist ausgeschlafen. Ist er wach? Ist er wach? Nö. Jetzt schon. So. Oh, jetzt hat sich das geklaut. Ähm... Haben wir noch Reste? Haben wir keine Reste mehr im Kühlschrank? Ist aber blöd, du. Pass mal auf. Dann könnte der... Wie spät haben wir es denn? Wir haben es gleich 5 Uhr morgens und die stehen jetzt auf. Nicht schlecht. Na... Snack essen. Oh... Ein Brot mit Marmelade. So. Ich höre einen Brummen. Ist das Brummen jetzt aus dem Spiel oder ist irgendwas draußen gerade bei mir? Hilfe. Man muss ja dazu sagen, bei mir ist ja gerade herzlichstes Wetter hier in der Umgebung, in der ich lebe. Von wegen, äh, in den letzten Tagen noch wunderschöne 25 Grad und heute Regen. Ah, äh. Naja. Egal. Ähm, Kätzchen. Kätzchen. Geh auf Toilette, Kätzchen. Kätzchen macht wieder Sozialismus. Pass mal auf, dann geht's ja halbwegs. Dann kannst du nämlich mal auf die Toilette gehen. Auf zu tanzen. Und danach kannst du mit Kätzchen nicht den Namen ändern. Das Tierchen hochnehmen und Ohr machen. Voll dem Tierchen weglaufen. Und. Äh, äh. Zuneigung, Hand beschnüffeln lassen. Zuneigung, reden mit. Zuneigung, Leckerchen geben. So, dann kannst du jetzt Spaß mit dem Tierchen haben. Was ist denn jetzt schon wieder los? Irgendwas klappt da noch nicht. Hier, dann mach mal, mach mal umbasteln. Mach mal hier ein bisschen Multikulti. Ich weiß zwar nicht, warum dich das Ding jetzt so stört, aber dann verbessere es halt. Schmutzige Umgebung. Das macht den Kollegen traurig. Mensch, hab ich jetzt nicht gedacht. Dann kannst du mal den Müll rausbringen. War das nicht ein Wunsch von ihm? Ne, Gruppe mit Jamie gründen. Äh, putzen. So willst du ihn putzen? Ach, der ist schmutzig. Ach so, ihr sagt das doch. Naja, auch egal. Äh, anschließend... Eine Gruppe, bitte gründen. Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Ich dachte, der hat ja Sozial... Hallo? Jamie macht Sozialismus. Gibt ihr Sozialismus machen? Also hier so sozial sein und so? Ja, Gott sei Dank. Ich wollte schon meinen, hier nicht schon wieder so eingefroren, dass ich... Glück und Schimmertfähigkeit, Geschicklichkeit, so ihr will ein Fölfer reichen. Ist ja ein Traum. So, warte mal. Ne, Jimmy Jackson, ne, 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 ne. Ja, hast du mir grad schon erzählt, ist mir klar. So, äh... Der bastelt noch rum. Jamie, muss die denn heute zur Arbeit? Muss die heute zur Arbeit? Sonntag. Nö, die hat heute frei, das finde ich aber gut. Dann könnte sie eigentlich... Was haben wir denn so? Hygiene. Du könntest mal vielleicht mal wieder duschen gehen. Und weißt du was anschließend... Kann sie das Haus nicht säubern? Oh, sie kann das Haus nicht säubern. Ist aber doof. Äh... Ne, das kann sie nur benutzen. Ähm... Upgrade selbst reinigen kannst du machen. Äh... Und dann kannst du das auch upgraden, dann bist du wenigstens dran beschäftigt. So. Jimmy müsste da bald fertig sein. Ich muss jetzt gehen, du solltest auch besser aufbrechen. Hä? Was soll das das denn? Barsch begrüßen. Wahrscheinlich bitte zu gehen. Freundschaft nicht begrüßen. Wer ist denn das? Erin Kennedy? Hallo, riecht doch nicht weg. Wer bist du denn? Was machst du denn hier? Hallo, Kollegin. Bleib mal ruhig hier. Nein, der Polizeiwagen vor meiner Tür ist meiner. Ne, kein Polizeiwagen. Was hieß das? Äh... Feuerwehrauto. So, jetzt hab ich's. So, was haben wir noch so? Was willst du denn erzählen? Der bastelt da immer noch rum? Nein! Och, Mann. Upgrade, leise laufen. Mach das. Hä? Aber noch mal schneller. Ach Gott, jetzt mach der erst die anderen Sachen. Alter, machst du halt erst die anderen Sachen. Ach, Mensch. Die ist jetzt auch beschäftigt. Ich glaub, das war ne blöde Idee. Äh... Machst du das Upgrade hinterher? Selbstreinigen. Mach ihn mal hinterher. So, komm, dann upgrade mal schneller. Dum, 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 dum. La, 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 la. Los geht's, Jamie, du Superputze! Oh, hat er jetzt den Auftrag abgebrochen, weil es zu lange gedauert hat? Hm, wollen wir gleich gucken. Die ist ja bald soweit. Wie lange schraubt die denn da rum? Das ist ja furchtbar hier. Oh, ich glaub, die hat's gleich. Schlecht. Ähm... Danach kannst du... Gruppe gründen. Damit wir das haben. Ich weiß nicht, was für ne Gruppe oder wie auch immer. Oder was das überhaupt ist, hab ich auch keine Ahnung, aber okay. Äh. Kann ich selbst reinigen. Ne, machen wir jetzt hinterher. Und voll Gas. Nyao. Na also, haben wir's doch. Jamie und Janine hat das Objekt war Specken verbessert. Ich hätte jetzt nicht gedacht. So, was macht die Gute jetzt? Hör auf zu tanzen, my lady. Du kannst... Du kannst... Nee, Kärzlanz und traue ich dir nicht zu. Äh... Weißt du, was du machen kannst? Kannst du damit irgendwas machen? Nö. Nickerchen machen, sitzen... Könntest du dir das mal ansehen gehen? Äh, ja. Oder auch nicht. Nee, ist gut. Jetzt geh lesen. Dann halt nicht. Was will die jetzt? Fünf Objekte verbessern. Lässt sich einrichten. Wie viel haben wir schon? Äh... Eins von fünf. Na Mensch. Was macht die jetzt? Etwas lesen. Okay, dann soll sie lesen. So, Jamie, wie weit... Wie weit sind wir denn? Schon irgendwie nicht weiter. Das ist ja ein Traum. Und, haben wir's? Na also. Na also. Dann geht sie lieber Jamie nach einer Gruppe fragen. Jimmy Jackson hat das Objekt. Ja, ja, weiß ich. Ah, Jimmy Jackson hat das so eben. Tatien halten. Ach so. Ach ja. So, und jetzt? Jetzt gründen sie ihre Gruppe. Wir sind gespannt. Ja, weil, ja, weil, ja, 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 ja. Ich kann's hier mischen. Mhm. Ja, 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 ja. Nein. Und, aber, was ist denn, Jimmy? Kann die denn nicht mit dem irgendwas zusammen machen? Oder machen die das automatisch? Jetzt gehen die auch noch tanzen, ey. Dann geht halt alle beide tanzen. Huch, was macht der denn jetzt? Oh. Baden, bist sauber. Ach, der will baden? Was kann ich denn damit machen? Kann ich das irgendwo hinstellen? Soll ich's mal da auf den Boden stellen? Ich stell's mal auf den Boden. Ach so, mit anderen Worten, er kann damit aber nichts machen. Ist ja ganz nice. Boah, wenn man damit nichts machen kann. Irgendwie, nee, ich kann's nur da raufstellen. Ach komm, stellen wir's mal vors Radio, schade, bestimmt nicht. La 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 Da habe ich noch ein bisschen was vor. Da ist noch ein bisschen was zu tun. So, wie geht's dem Kollegen denn? Wir gehen in dem Zoo. Handran. Ja, hier, weißt du was? Dann gehst du hinterher mal auf Toilette. Und dann würde ich sagen... Brunch essen, Brunch servieren. Pfandkuchen, Herbstsalat, Waffeln. Machen wir mal. Machen wir mal Pfandkuchen für alle hier. So. Und Jolina. Wie geht's dir? Auch relativ in Ordnung. Du könntest hinterher auch mal einen Hahndrang machen. Also von dem wir auf Toilette gehen. Und das Ding ausschalten, wäre jetzt irgendwie auch notwendig gewesen. Hier auf Toilette? Okay. Und dann würde ich sagen... Wo war ich da? Achso, nee, brauchen wir nicht. Ähm, was haben wir denn jetzt hier? Vor der Zeit in der Gruppe verbringen werden. Lass dich anrichten, aber was muss man mich? Ich wollte ihn kennenlernen. Komm, haust du raus hier. So. Äh, Schach spielen, Logikfähigkeiten verbessern. Das lässt sich, glaube ich, in allem sogar machen. Dann könntest du mal das Bett machen. Äh, Hunger kriegst du vielleicht was. Oh, dann beschäftige dich mal selbst. Der gute Jimmy macht jetzt leckere Waffeln für euch alle. Das ist doch auch mal was Feines. Dann kannst du hier, weißt du was, kannst du hier die Blümchen oder das hier. Nee, mach mal hier. Kannst du dir mal den Teich ansehen gehen? Vielleicht bringt's ja was. Ich weiß gar nicht, was das ist oder was so einen Sinn das hat, aber wer weiß. So, ich will jetzt sehen, wie sie das macht. Huf, wo ist die denn da? Ja. Ja, wie sind die jetzt eingegangen? Sind die einfach runtergestiegen? Ich hab doch extra hier den Abgang. Ach, Mensch. Ist aber doof. Äh, okay. Nee, kann sie eigentlich Schach spielen? Schach üben? Warum geht das nicht? Kann nur mit einem Stuhl verwendet werden. Das sind doch Stühle. Was willst du denn? Hä? Warte mal. Wieso geht denn das nicht? Ist doch ein Stuhl. Das rall ich nicht. Näher geht der auch nicht. So. Oder muss ich das drehen? Nö. Aber vielleicht so rum. So. Geht das denn? Oder geht's immer noch nicht? Nö. Pass auf, dann setz dich mal da hin und nochmal gucken. Vielleicht kann sie das dann ja spielen. Wäre so eine Möglichkeit. So, kochen ist ja noch dabei. Geht's denn dann? Geht nicht. Warum nicht? Hä? Rall ich nicht. Naja, kümmern wir uns später drum. So. Hat der Gute das Essen denn jetzt fertig? Na also. Dann würde ich sagen... Press section. Verabredung zum Essen rufen. Äh, du rufst deine Verabredung. Hallo. Du rufst deine ganze Verabredung jetzt zum Essen. Er ist der jetzt zusammen oder nicht? Okay, sie essen zusammen. Macht er jetzt? Hä? 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 Aber du hast doch schon... Ach, egal. Ich verstehe es sicher eh nicht. Na gut. Wollen wir das zurückstellen? Geht das? Ja, ich kann's reinstellen. Stell ich das auch mal rein. So, alles klar. Die beiden futtern. Hunger steigt an. Hunger wird einfach besser. Äh, auch gut. So was haben wir noch so... Ja. Ja.